Hi Leute, Mesut hier. Endlich nicht Rauchertag Nummer 28. Ja, ich hab immer noch nicht gehofft, Gott sei Dank. Ich war gestern Abend mit Freunden draußen, die waren unterwegs und ja, das war dann schon ein bisschen komisch, wenn die immer wieder rausgehen zu uns die alten Rauchen und ich tage dann deine, das ist ein bisschen ungewohnt, weil ich das normalerweise auch so kenne, dass ich dann auch mitgehe zum Rauchen und das ist jetzt ein bisschen anders, das ist so eine Gewohnheitssache. Heute Abend bin ich auch eingeladen, aber ich weiß nicht, ob ich heute rausgehe oder ich glaube eher nicht, ich fühle mich nicht mehr so gut, manche Dinge machen mir so Kopfschmerzen, verärgern mich so ein bisschen und daher, ich denke, ich setze mich damit so ein bisschen auseinander an, statt dann rauszugehen. Vielen Dank für eure Unterstützung Leute, ich bin dabei, ich bin immer noch nicht Raucher, ich bleibe auch nicht drauf. Vielen Dank für eure Unterstützung, macht's gut Leute, ciao.